Herzlich Willkommen bei InsidePolitics. Heute war eine sehr interessante Pressekonferenz von Herrn Bischof Krautaschl und Herrn Kommerzialrat Roth. Herr Kommerzialrat, in Zusammenfassung. Ja, grundsätzlich habe ich mich an dieser Aktion sehr gern beteiligt, weil ich ein sehr christlicher Mensch bin, zum einen. Zum anderen, damit er auch gesellschaftspolitisch ein Zeichen setzen möchte, was ja auch ein großes Zeichen ist, am Himmelberg dieses Kreuz aufzustellen, wo viele Menschen vorbeikommen werden und sich Gedanken darüber machen, ob sie sehr gläubig oder nicht gläubig sind. Und auch der Spruch hat mich sehr inspiriert, du bist nicht allein. Ich finde, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo digitale Welt Einzug hält, auch wir in unserem Haus das sehr intensiv betreiben, dass die Menschen doch einsamer werden. Das ist ein Zeichen, das möchte ich auch in meinem Unternehmen, sowohl gegenüber den Mitarbeitern wie auch gegenüber den Kunden, ihnen zeigen, sie sind nicht allein und es ist nicht nur die digitale Welt, sondern auch die menschliche Seite unseres Unternehmens. In der Beratung, in der Unterstützung wollen wir fördern und so hoffe ich und so freue ich mich, hier dabei sein zu dürfen bei diesem besonderen Werk von Professor Grische und einer bedeutenden Stahlbaufirma, die das gemacht hat. Ja, das ist ein wirklich wahres Zeichen im Sinne der 800-Jahr-Feier Kirche Steierbank. Wir haben ja einen bemerkenswerten Überhang von Meinungen, die an der Zukunft zweifeln, die ja resignativ sind. Und Sie haben sich aber heute oder hiermit jetzt gerade eigentlich hoffnungsvoll für eine Zukunft ausgesprochen. Die Zukunft können wir gestalten. Wir sollten nicht verzagen, sondern daran glauben. Und jeder, der einen positiven Beitrag leistet, sollte belohnt werden. Ich sage immer, ich kann die Welt allein nicht verändern, aber viele, die die Welt, kleine Zeichen setzen, können einen Beitrag leisten für eine bessere Welt. Die Welt können nur wir selbst verändern, jeder Einzelne. Und man soll sich nicht nur auf die ganz Großen dieser Welt verlassen, dass Sie die Welt verändern. Dann sage ich recht herzlich Danke, Herr Kummerzahler. Senden wir gerne. Danke. Alles Gute, danke. Wiederschönen. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.